Musik Jetzt eine gute Flanke. Gemino. So, da ist die Führung. Absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut, setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber die Liverpool-Fans voller Zuversicht, dass hier was gehen kann. Und jetzt die Chance. Der ist drin. Liverpool legt nach, die Führung beträgt. Jetzt also zwei Tore. Maui Cardi. Kommen sie nochmal ran. Das hätte ich ja nie und nimmer gedacht. Sie schaffen den Anschluss und könnten vielleicht sogar noch ausgleichen. Schöne Aktion. Mal kommt zu Neymar. Ein fantastischer Treffer. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore waren sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben. Die Riesenchance. Dieses Tor stellt den Spielverlauf auf den Kopf. Also damit hätte ich nie und nimmer gerechnet. Mit diesem Tor. Die Cardi. Mauro Icardi macht den Treffer. Das ist eine seiner ganz großen Stärken. Hat die Übersicht. Mit der waist. Und hier ist ein "'Technikotik''. Kann sieШ진 Antworten mir millionaire.